Alle starren auf den Wahlkampf, auf die Präsidentschaftsdebatte. Ich vermute, dass aber ganz andere Faktoren viel wichtiger sind. Die Wirtschaftsdaten, die Berichtssaison, an zweiter Stelle dann die Covid-Zahlen, die Hoffnung auf einen Impfstoff und erst dann der Wahlkampf. Wenn wir uns nämlich mal die Wirtschaftsdaten anschauen, auch an diesem Freitag, dann fallen die anhaltend überraschend robust aus. Goldman Sachs ging ja eigentlich davon aus, dass die verarbeitende Industrie in Europa im Oktober enttäuschen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Die Daten in Europa liegen sogar über den Zielen. Und insbesondere Deutschland kann die Schätzungen um eine weite Spanne schlagen. Wir haben ähnlich gute Daten der Industrie aus Taiwan. Wir haben Daten zur Industrie aus Japan, die okay ausgefallen sind, aber zumindest nicht deutlich enttäuschen. Und wechseln wir die Seiten drüber in die Vereinigten Staaten, dann lagen in dieser Woche ja nun auch die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe etwas niedriger, als man gehofft hatte. Kurzum, es wird weniger Arbeitslosenhilfe beantragt, als Analysten befürchtet hatten. Die Zahl insgesamt ist noch hoch, keine Frage. Aber wir sehen auch in den USA einen Weg zur Besserung. Das Verbrauchervertrauen war besser letzte Woche. Die Konsumausgaben waren besser als erwartet. Und all das sehen wir letztendlich gesehen auch in den Ergebnissen von Corporate America. Wir stecken also mitten in der Berichtssaison. Ein Viertel der Unternehmen haben bisher Zahlen gemeldet. In 83 Prozent der Fällen werden die Erwartungen übertroffen. Natürlich, weil die auch niedrig angesetzt waren. Aber nichtsdestotrotz, die Spanne, mit denen die Erwartungen geschlagen werden, ist im Schnitt ausgesprochen hoch. Fast 18 Prozent. Das ist weit über dem historischen Durchschnitt und zeigt, dass zumindest auch Corporate America auf dem Weg der Erholung ist. Nach diesem sehr tiefen Tief, das wir im zweiten Quartal gesehen haben. Wir haben viele positive Nachrichten. Einmal aus dem Bankensektor nach der UBS. Meldet auch Barclays ausgesprochen robuste Zahlen. Ein Gewinn von über eine Milliarde Pfund. Der Wertpapierhandel plus 40 Prozent Wachstum. UBS war ja auch ausgesprochen stark. Und über einen Faktor muss man sich im Klaren sein. Wir werden im kommenden Jahr eine riesige Fusionswelle sehen. Mergers und Acquisitions werden deutlich anziehen. Weil viele Unternehmen versuchen werden, durch Übernahmen Geld zu sparen. Durch die Synergien. Und die Investmentbanken, zum Beispiel Morgan Stanley, dürften davon nachhaltig profitieren. Also der Himmel über den Banken hält sich langsam auf. Wir hatten auch leicht anziehende Renditen der US-Staatsanleihen. Wir sehen im Autosektor anhalten gute Nachrichten. Daimler hatte ja schon pre-announced. Jetzt hat man auch die Aussichten angehoben. Renault spricht davon, dass man ab Ende des Jahres im Autosegment wieder Cashflow positiv sein wird. Und im Aerospace-Bereich meldet sich Airbus zu Wort und sagt, Look, liebe Lieferanten, liebe Lieferanten von Bauteilen, bitte weitet die Produktion für Bauteile aus für den Airbus A320neo. Man will fortan statt 40 Flugzeuge 47 Flugzeuge monatlich produzieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben weiterhin Daten, dass die Wirtschaft sich erholt. Wir haben weiteren Zeichen aus der Unternehmenswelt, dass die Wirtschaft sich erholt. Interessant ist aber, und jetzt komme ich zu meiner wesentlichen Aussage, well, wenn das alles jetzt so viel besser ist, wie kommt es denn, dass die Aktien kaum profitieren? Und jetzt bin ich an der Wall Street. Die Unternehmen, die die Erwartungen schlagen, die Aktien können im Schnitt gerade mal um 0,1% zulegen. Das ist ausgesprochen mager. Wer hingegen enttäuscht, wird massiv abgestraft. Man ist nicht in Vergebungslaune an der Wall Street. Die Aktien bei den enttäuschenden Ergebnissen im Schnitt ein Minus von fast 4%. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Nämlich, dass, weil die Wirtschaft erholt sich, die Gewinne sind ganz gut, aber kann das gehalten werden? Denn die Covid-Zahlen in Europa gehen aktuell fast senkrecht durch die Decke, wie wir hier sehen können. Die Zahlen ziehen deutlich an. Frankreich hat die Restriktionen ausgeweitet. Wir haben eine ähnliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Wir sehen mittlerweile die Anzahl an neuen Fällen täglich auf dem zweithöchsten Niveau seit Beginn der Pandemie. Und das wirft natürlich die große Frage auf, ob denn die Erholung an Dynamik insgesamt wieder verlieren wird. Das scheint die Angst zu sein, das scheint die Werte auch ein bisschen einzudämmen, wobei jetzt tatsächlich Value Growth davonläuft. Und ich hatte das im Wochenverlauf mehrfach in meinen Streams erwähnt. Die Wall Street-Meinung hier kippt zugunsten der Value-Werte. JP Morgan, die Bank of America, Goldman Sachs, diese drei Häuser haben sich auf drei Sektoren eingeschossen. Die Banken, den Energie- und den Autobereich, die wurden alle aufgestuft. Und das sehen wir auch gestern zum Beispiel, die Autowerte auf breiter Front im Plus. Aerospace, Basic Resources, Chemie, Banken, der Energiebereich, alles im Plus. Während die Tech-Werte dann eher als Schlusslicht unterwegs waren. Ganz, finde ich, interessante Entwicklungen. Und das macht eins noch mal wichtiger, nämlich, dass wir möglichst bald einen Impfstoff bekommen. Donald Trump hat ja gestern in der Präsidentschaft gesagt, There is going to be great news. We're going to have one. It's ready. Das ist natürlich Präsidentschaftswahlkampfgeplänkel. Tatsache ist, ja, selbst die Superforecaster gehen davon aus, dass wir in den nächsten Wochen, wahrscheinlich vor Ende November, hier gute Nachrichten bekommen werden von Pfizer, BioNTech, möglicherweise Moderna. Unter anderem die Tests bei Ila Lilly und Johnson & Johnson dürften in Kürze wieder aufgenommen werden. Die Wahrscheinlichkeit also, dass wir bis Ende des ersten Quartals hier irgendeine gute Nachricht haben, ist relativ groß und ist entscheidend für den Trend Richtung Value und für die Erholung der Wirtschaft insgesamt. Und damit komme ich, bevor ich zu den Präsidentschaftsdebatten komme, gestern Abend, noch mal zu Intel. Buh! Buh! Muss man wirklich sagen. Also das ist sowas von peinlich, wenn man mal bedenkt, dass wirklich in der Berichtssaison so ziemlich jeder Chip-Hersteller und alles, was halbwegs nach Chips riecht, positiv abgeschnitten hat, wirklich ordentlich performt. Intel ist und bleibt eine echte Enttäuschung. Und das sehen wir heute Morgen auch. Die Bank of America wirft das Handtuch. Die Aktie wird auf Verkaufen abgestuft. JP Morgan senkt das Kursziel von 75 auf 70 Dollar. Hier rennt man der Aktie auf dem Weg nach unten hinterher. Und die Deutsche Bank senkt das Kursziel von 60 auf 55 Dollar. Die Aktie wird bei 48 Dollar Pi mal Daumen in den Tag starten. Ein Minus von fast 10 Prozent. Ich glaube, das hat überwiegend mit der Enttäuschung darüber zu tun, dass A, das Management wirklich keine klaren Signale geliefert hat im Conference Call mit den Analysten nach Bekanntgabe der Zahlen. Wir sind confident, wir sind sehr zuversichtlich, dass die Produktpipeline für 2023 toll ist. Well, 2023, liebe Intel-Kollegen, ist noch lange hin. Und wie sieht es denn mit den internen Schwierigkeiten im Produktionsbereich aus? Und wie kann es sein, dass man zulässt, dass ein Unternehmen wie Advanced Micro Devices eure Marktanteile zunehmend aufsammelt? Das sieht man nämlich vor allen Dingen im Server-Bereich. Die Umsätze dort sollten eigentlich nur um 5 Prozent sinken, sind um 10 Prozent gesunken. Die Brutto-Gewinn-Margen deutlich schlechter, als man erwartet hatte. Und im vierten Quartal am Rande bemerkt, sollen die Umsätze im Datenbereich, im Datencenter-Bereich, um 25 Prozent sinken. Und im vierten Quartal 25 Prozent Advanced Micro Devices freut sich dafür umso mehr. Und der kommenden Woche wird AMD Zahlen melden, bin ich gespannt. Und man darf ja nicht vergessen, erst verliert Intel Apple als Kunden. Und dann ist Nvidia gerade dabei, Arm Holdings zu übernehmen, wenn es denn genehmigt wird von den Wettbewerbsbehörden. Und wenn es genehmigt wird, well, dann muss sich Intel wirklich sehr warm anziehen. Denn mit Nvidia bekommt man dann auf breiter Ebene einen sehr ernst zu nehmenden Konkurrenten. Die Intel zahlen also der Gewinn 28 Prozent Einbruch unter Vorjahr, der Umsatz minus 4 Prozent, Server-Sales minus 7 Prozent, Brutto-Margen unter den Erwartungen, Wischi-Washi-Aussagen vom Management zur Zukunft. Also ich muss sagen, Thumbs down in diesem Fall. Die Aktie ein Minus von 10 Prozent und wird dementsprechend stark abgestraft. So und jetzt komme ich nun endlich zu dieser leidigen Präsidentschaftsdebatte. Man kann es ja schon fast nicht mehr hören. Ich bleibe dabei, anything goes, alles ist nach wie vor möglich. Schauen wir uns mal die Wettmärkte an. Die signalisieren nach der Debatte gestern Abend immer noch eine 62 Prozent Siegeschance von Joe Biden und eine etwa 36 Prozent Siegeschance von Donald Trump. Die Vergangenheit lässt hier sehr tief blicken. Hier eine Grafik von Nordea und Macrobond, der Vergleich 2016 und heute. Die letzten 16 Tage vor den Wahlen im Jahr 2016, in der Phase, konnte Trump noch mal seine Siegeschancen ausweiten. Aktuell sehen wir auch, dass die Richtung zu seinen Gunsten wieder umschlägt. Auch die Debatte gestern dürfte vor allem für Trump etwas positiver ausgefallen sein als für Biden. Aber letztendlich gesehen ist das, was wir gestern hier gehört haben, kein Game Changer. Trump sagt also, bald haben wir einen Impfstoff. Mag sein, das ist natürlich Spekulation. Trump hat Biden mehrfach angegriffen wegen Hunter Biden. Angeblich liegt ja Rudy Giuliani eine Kopie des Laptops vor von Hunter Biden. Aber mal abgesehen davon, dass hier viel Rhetorik hin und her getradet wurde, hat Donald Trump zu dem Thema eigentlich keine neuen Fakten gestern Abend präsentiert. Und Joe Biden wiederum hat zumindest mal keine großen Fehler gemacht. Obgleich wahltaktisch gesehen dieses Argument gegen Brown Energy, also gegen Kohle, gegen Erdgas und Erdöl, natürlich nur aus der Wahlperspektive nicht die beste ist. Denn es gibt nun mal viele Wähler in diesem Segment. Und das könnte Joe Biden zu Lasten ausgelegt werden. Ich rede hier nur von Wahltaktik, denn zu guter Letzt ist das Signal natürlich ein gutes, auf erneuerbare Energie zu setzen. Also nochmal kein Game Changer von dem, was wir gestern Abend gehört haben. Und für mich bleibt ein großes Fragezeichen im Raum. Wenn also tatsächlich Donald Trump noch irgendeine Katze im Sack hat zum Thema Hunter Biden oder zum Thema die Bidens und die Ukraine und Russland sind da Gelder geflossen, dann ist der Zeitpunkt, diese Katze aus dem Sack zu lassen, nicht jetzt. Wir sind etwa elf Tage vor den Wahlen. Wenn er dadurch das Wahlergebnis beeinflussen will, dann müsste das im Prinzip, sagen wir mal, 48 bis 72 Stunden vor den Wahlen rauskommen. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er die Katze im Sack. We don't know. Vielleicht ist das die große Überraschung. Unabhängig davon. Und deshalb bin ich sehr on the fence bei diesen Wahlen, bei den Wahlen, die jetzt anstehen. Spricht eben auch vieles dafür, dass Trump überraschend gewinnen könnte. Der Aktienmarkt steigt in den Wahlen. Ihr kennt die Liste. Ich habe sie oft aufgeführt in den letzten Tagen. Man darf das nicht unterschätzen. Trump hat durchaus bessere Chancen, als der Markt realisiert. Das hat gestern auch der Chef-Quantt-Stratege von JP Morgan betont. Und ich kann dem nur zustimmen, es könnte anders kommen, als die Wettmärkte letztendlich signalisieren. Für die Wall Street ist das so oder so kein so großer Unterschied. Es wird so oder so mehr Stimulus kommen müssen. Die Frage ist nur, wie viel. Das hängt von der Wirtschaft ab. Und wenn die sich weiterhin erholt, well, dann wird das Wirtschaftspaket vielleicht etwas kleiner ausfallen, als der Markt denkt. Aber wäre das ein Beinbruch? Naja, wenn die Wirtschaft sich erholt, ist es doch letztendlich auch gut. In diesem Sinne wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's.